Nein, nein, bitte ne! Och, Mann, oh, das Bett ist explodiert! Oh, oh! Ei, 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 ei! Ich schieß den... Ich schieß das Skeletten ab. Okay, der Creeper hier im Wasser ist auch hin. Ah, ja, 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 okay, das hat ein bisschen Aua jetzt gerade gemacht. Hier liegt ein Bett, hat irgendjemand hier ein Bett geplantet? Ja, ich hab Betten verloren. Ja, vielleicht lass mal hier hin, vielleicht lass mal hier hin, dass wir hier gleich spawnen. Genau. Dann würde ich einfach mal rüber rushen und guck, was passiert. Da drüben kommt dann, äh, bei der Lava musst du aufpassen, da sind anscheinend unsichtbaren Blazes, wenn ich das richtig gesehen habe. Au! Au, au, au! Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin so tot! Oh, yo, yo, no, yo, das ist ein klub. Das kann hell sehen, heute! Hinsicht nicht, wie? Ah, nein, nein, hinten, hoffen Mano, das Bett ist explodiert! Was? Da waren Creepert nicht in dem Bett. Alter, warum sit hier so viele Mobs? War ne scheiße. nein, nein! Das ist so schlimm in der Nacht, ja, aber echt, ey! das ist nicht ein Scheiß zum Beispiel das Bett ist nicht mal gedobt aber den da drüben sieht auch nicht gerade besser aus davon abgesehen warum wir die auch in der Zeit sterben hier ich fahre mal ein bisschen ab und guck mal was in der Lava ist bei dem Diamond Ding da Farmers mal Eisen wir brauchen jetzt Eisen das weißen Bekommende so stets scheiß Monster 1 ich hab mir zweiter vor dem Bett platziert perfekt nun in einem Städtchen weg vom Bett weg vom Bett also zwei zwei Krippe an dem Bett hier hinten Köln ist ein Bett Kugelsfurt getrennt es ist so wichtig ich komme ich niemals in Deutschland zu viel Külper und Zombies so viele Zahn das ist die Schöne erheblich noch eine Art Schnell Die Mushroomhalle. Oh nein, halbes Hör. Oh Gott. Alter, hier sammeln sich die Zombies unten. Bei dem Villager. Nein. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal ein bisschen in Eisen und holen uns dann erstmal Eisenrüstung. Ich würde sagen, wie wärst du, wenn wir uns in die Höhle unter den Pilzbium einfach reingraben? Ja, deswegen, lass erst, ich, weil schottet das jetzt mal. Oh, da hat er seine Rache bekommen. Wo ist denn das Bett hier? Da in der Wand. Ja, ja. Mann, verpisst euch doch alle. Warum gibt es so was wie Mord, ey? Warte, ich mache hier eben eine Wand. Ich, 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 ich. Alter, werdet wieder Tag, bitte. Es wird langsam wieder Tag. War es ein Glück. Ich habe gar nichts mehr zu essen, ich habe so viel Essen verloren, als ich gestorben bin im Pilzbium. oh gott hier ist alles voll mit skeletons das ist ab noch mal diese ärger schießen auf mich ich versuche es noch mal super gestorben so gut ich will meine sachen die anderen alter gut durch das an der unten im wasser drin ja dann lass das man diese Höhlen Höhle da reingehen ich will meine sachen ich habe das meiste ich bin drin ich bin reingefallen die Ecke ich dort okay wo wollen wir hin erstmal steinspitzhacken holen ich versuche es noch mal meine sachen zu holen die ich verloren habe wenn ich da jemals wieder ja ich hab schon ein halbes herzen bin da ja ich bin da gut läuft ich glaube das können wir lassen über das pilz biome zu gehen das ist selbst mord ja deswegen lassen es doch darunter gehen ja habe ich jetzt auch gerade vor ich folge ich höre jetzt mal drei steinspitzhacken damit wir uns erst mal eisen formen können im aber von oben rein bauen geht ja gar nicht auch gar nicht steht mir auch aber auch dahin wo wasser ist zwischen mit macht mich fertig komm warum habe ich keinen bogen ich hätte ihn so schön holen können äh wo seid ihr ich bin grad hinten ok es gäbe übrigens einen Trick wie wir zu denen kommen würden ohne rüber bauen und sowas wir bräuchten uns einfach nur ähm den Spawn Point setzen mit einem Bett und dann das Bett abbauen und dann sterben dann würden wir wieder am Anfang spawnen und dann könnten wir den rein ist mir eben aufgefallen als ich am Spawn wieder gespawnt bin da haben wir halt nix von ne ich hab meine Sachen gleich wieder ich hab sie gleich ich wundere mich gerade echt was in der Lava da drin ist an äh in dem großen Block da dafür müsste ich da erstmal dran vorbeikommen nur leider hält sich das jetzt ein bisschen schwer das ist ja schwierig heraus gut auch 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 ich hasse diesen Dreck alter müssen wir die Mops im Wasser die sterben nämlich okay ich hab Steinwerkzeuge ja ich hätte auch nicht kommen mit dem Tor wo ich hätte auch eine Steinspitzhacke wenn meine Sachen kommen würde wenn er nicht den ganzen Schlechensmobst so so weg die Blocke die Ofenkartoffeln habe ich auch wieder das ist gut gut könnten uns auch Pilzsuppe machen nein Prozent Bau das war der dümmste Tod ich je gehabt habe ne ne lass mal ich probiere jetzt grad da unten noch irgendwie mal weiter zu kommen wird das schon unten hinten im Eisbiom oder ne noch da drüben ne die gehen auch durch das ding durch das Pilzbium also die gehen dadurch nicht da drunter durch ja er ist immer an die Dauern er hat schon der Blades ist bei denen auf der anderen Seite ich hab noch zwei Herzen und ich hab Steinsachen ja ich hab auch eine Steinspitze die Schweine schießen auf mich was jetzt ist die anderen als Schweine und das ist ja die anderen als Schweine ich dachte schon wer ist hier oben krepiert ja diese Legs Spikes wohl sich da drüben ist ein äh ja warte geh mal weg ich ja ja etwas will grad nicht das könnte dieses Programm sein ja nö die Sache ist dass die halt besser als wir durch das Pilzbiom kommen scheinbar naja glaub ich ehrlich die bauen sich ja auch einfach nur da ein bisschen drüber mehr machen die auch nicht okay ich denke die eine Stunde die geplant sind werden sie niemals und wir sind schon bei 45 Minuten nur gleich ja das ist noch nicht mehr über das Pilzbio und haben einen Wolleblock ja ja auch nicht mehr er hat schon mal eine Leistung ich hab also ich hab schon sechs Eisen haben wir eigentlich inzwischen eine Eisen-Spitzhacke ja ich hab erst mal eine Workbench hier beim Bett platziert oh sie haben jetzt ist schon ein Schwert gemacht wer hat jetzt ein Schwert gemacht? holy shit der Zombie hier ah Monsterjäger ich bin gut oh ja die haben eine neue Wolle scheinbar och ne wie viel haben die? eine scheinbar jetzt noch eine ja die haben sie schon lange aber ich die eine haben sie jetzt wirklich schon lange ja ist klar sie sagen man darf sich was ist das? nee nee das ist zu random passiert haben die ich wollte schon sagen hier sagen für mich nämlich aus als wäre das außen von der Map das ist ja nicht das ist ja nicht der war schön egal ich bin noch im Gang gestorben komm ich schnell wieder hin ähm war war eigentlich von uns auch schon jemand unten in Höllen während in der Hölle da ja ich gerade habe Eisen gefarmt ok können wir nennen uns den zwischen den Diabloch holen ja wenn da ja der bei uns da ja den können wir holen aber da hockt gerade ein Creeper rum auf dem Zaun da komme ich nicht hin haben wir denn den in der anderen Höhle den Diabloch haben wir den geholt oder? nein dafür brauchen wir ja Eisenspitze an scheiße, scheiße, scheiße kann mir eben einer ähm beiden Höhle helfen in der Hölle? oder wie steht das in zwei Blazers da auch? ich wollte mal gucken ob ich jetzt nochmal ein bisschen ein paar Leuten erschießen kann hier hey da bist du ja ja da draußen war ein Creeper der steht noch vor der Tür super Lösung das kann ich nur dein Problem liegen das hat sein Ziel erfüllt so ich habe jetzt eben ein Eisen hmmm ok 16 Eisen ja, lauf mich rein oh! er fasst auch die Blazers da auf die Blazers sind echt nicht witzig und wir kriegen die da auch rein nicht so geil nimm mal an der in der Kiste muss irgendwas drin liegen an Wolle in der Mitte bei den Blazers und alles ja natürlich so wäre da eine Komplätze wo ist denn da auch dieser Scheiß-Skelette verpisst dich okay ich hab jetzt schon genug Eisen für eine komplette Eisenrüstung also ich nehme die nicht ich sterb zu oft Prozent die Wurzeln der Eingang in die Halleberg da bin ich in der Falle ich hatte ich glaube und so ist es ist auch ein Gas ja ich ich will den mal eben ja ich ich habe eben schon einmal eben gekriegt ich bin voll gut wenn ich treffen würde halt der ist so fett aber ich muss den doch treffen wenn alle öffnen auch scheiße nicht sterben du kannst nein das ist eine ganz so wie ich es hat 16 Eisen ich will nicht haben und alter Hilfe werde ich mir auch gerade auch Alter nein Hilfe ich will nicht die hätten mich fast von der Treppe geschlossen kann man mit einem Flammbogen TNT entzünden? ähm ja kann man ähm weil da ist nämlich ein Ort bei denen da ist zwei Diablöcke zwei Goldblöcke und daneben oder dazwischen steht ein TNT Block wir brauchen einen Flammbogen ja da ist in einer Kiste ist einer bei irgendeiner Kanone waren Flammbogen in der Kiste ja okay ich weiß schon welche gut ah mich greift den Spinnern ok da unten muss ich jetzt hinschießen ich hole mal ein bisschen Stein damit falls wir sterben und dass wir uns wieder Steinsachen machen können damit wir auch ein bisschen Stein haben direkt ok ok der Diablog ist für die Diablogger sind weg das ist gut okay wenn wir kommen zwei Dior und Glück für die weniger so muss das doch sein 5 Prozent Ruhler von braucht man eigentlich Lappes habe ich mir auch schon gefragt ich bin so dumm in London über Mensch und wie er hat so viele Läden und nicht mehr einfach alles kaputt ist durch diese Scheiß Blüten es wird auch noch wieder nacht die gar nicht hin ich baue mir unseren Betten Urb dann schon nur ein Mensch und um Dingsland wird es ist ja schon oben und gut ich setze noch mal eine Kiste nein davor ist nicht gut nachher die weg kann einer einfach schnell zum Pilzbiom kommen mit einer spitze oder warum was ist da ich hab grad das mir ein halbwegs gerade mal einen Weg gebaut dass ihr da halbwegs ohne Schaden hinkommen so halbwegs ich jetzt kurz eine Kiste so halbwegs so wo ich meine so halbwegs so ich tue gerade mein bestes dass das funktioniert aber also die ersten Piles werdet ihr wahrscheinlich abbekommen kann man denn nicht einfach den Weg bauen wo ein Dach drüber ist dass die Trenge ja das mache ich gerade mache ich gerade mache es ist nicht so äh aber eben äh mäßig dass das irgendwie in diesem Gebiet da trifft so jetzt musst du weiter bauen ok hat die man Fackeln ne leider nicht hat er ja Kohle leider nicht das ist schlecht ein wenig ja so geht das doch eigentlich ich sehe nur gerade ich brauche ich mal zwei Blöcke nach oben zwei nach oben und geht dann weiter weil wir sonst auch gleich auf die Lava stoßen würden ok und das ist das Endstone da ist tatsächlich Endstone warum ist hier Endstone fragt mich nicht das ist doch den Endstone Endstone sein ach ich bin durch das war perfekt so hoch das sind aber eben die Dinger ist von Stichsley das sei ich stürze mal kurz in den Tod nicht wundern achten müssten vielleicht die Blaise von Abbaunus werden Westen auch gar nicht mehr noch auf die ja nur zu Sachs das so leicht wird einfach abbauen erst mal dahin kommen und die jahre ich muss mal zurückgehen muss und er ist tot der zweite Blitz ist tot von unser Bett nach hierhin versetzen in Deutschland ein bisschen was ab das was aus 6 Eisenhamburg hat jetzt schon mal jemand was mit dem Eisen gemacht bis jetzt ja ich hab grad welches gebrannt ich jetzt drücken den Diablog und dann werde ich wahrscheinlich sterben du bist gestorben äh nein wir sind schon schmachsgenau ok bis gleich für den Diablog mach das ok dann versetzen das Bett am besten jetzt mal noch nie und nur bei Kisten und das ganze Zeit schon mal hierher und falls irgendetwas wie der Creeper hier einfach rumschießt da nicht wahr ey ja das ist auch normal ich werde wahrscheinlich sterben was schon wieder kommt her schießt einmal gestirbt die Sommelier Eisen getroppt und hier bringt er war auch auf auch auf auch auf der Welt wird nicht gut Hilfe ich kann nicht dritten sorry kann mir leider nicht helfen ich kann nicht zielen wenn ich so Übelkeit habe weiter es ist schießt er auch nicht schießt er doch ein gast auf mich ich kann nicht mehr sprinten das tolle daran ist jetzt dass in deiner Höhle jetzt auch schon Skelette sind ja es ist irgendwo in irgendeiner Kiste müssen noch Fackeln sein ich glaube ganz am Anfang in irgendeiner Kiste ist noch eine Fakke ja warte mal dann gehe ich mal zum Anfang ihr weißt du kannst ja schon mal probieren da weiterzukommen ich geh schon ich werde wahrscheinlich gleich beim Versuch den Diablo zu sterben weil ich kein Essen mehr habe oh das ist nicht gut Hilfe und da sind ihr bei Creeper kann ich mir zufällig einer kurz helfen ich bin ganz am Anfang also ich bin gerade flach kannst du kurz in die Höhle kommen oder was ja das ist schon mal gut nein ja doch nicht ne ne NP auf jeden Fall ist da noch ein Web was wir benutzen können zwei Kohle die wir da noch haben das Mann ich gucke immer in die gleiche Kiste und findet immer noch kein Feuerzeug h ja das Feuerzeug habe ich gerade bei um deswegen sage ich ja hilfst ich bin schon mal ich würde sagen wir machen das Stückchen weiß nicht alles auf einmal denn falls wir das dann verlieren also ich bringe jetzt den ersten Ofen mit ein bisschen Eisen schon mal rüber Alter sind das nein nein ich gehe nicht rüber nein nicht bei Nacht